hallo heute kommt hutao wieder in null minuten ich hoffe dass meine wishes ausreichen und ich hoffe dass sie jetzt auch gleich wirklich kommt laut den ankündigungen soll sie ja jetzt eigentlich da sein aber irgendwie hatte ich in erinnerung dass es eigentlich immer ein bisschen dauert leute okay so ich habe nicht viel gespielt deswegen habe ich glaube ich 45 wishes aber ich habe gut hau so ist hier jean war die letzte und das auf seite sechs das bedeutet wenn ich ein fünf sterne ding bekomme dann ist es pretty safe gut hau und ganz ehrlich selbst wenn ich sie nicht bekomme diona ist in meinem team und die anderen zwei habe ich noch nicht von daher ich gewinne bei diesem banner anyway ich hoffe ihr wünscht mir glück weil sie selber welches macht dann wünsche ich euch auch sehr viel glück und wir legen los ich habe lange nicht mehr das gemacht mal schauen direkt thoma das ist wahrscheinlich auch das einzige okay es ist trotzdem cool dass direkt thoma dabei ist das ist voll und noch mal vier sterne okay komm jetzt sagen jetzt sagen das wäre doch gut ernsthaft das ist wie wenigstens noch ein charakter bitte wer für mich was zum teufel okay es ging zu gut los 2 10 dann können wir noch machen irgendwann muss gut aber drin sein kommen oh na ich habe sogar angst aber guck mal da jona also wenn ich halt schon nicht gut hauen kann dann würde ich wenigstens saiyu bekommen weil saiyu ist halt süß wtrf bauen denn schon wieder so eine waffe ich zieh nur trash oh man eigentlich war es ziemlich safe dass ich taucheln würde das ist echt bitter wenn es jetzt an ein paar wünsche gelegen und noch mal der jona komm on wenigstens saiyu okay händler ich glaube 10er kriege ich nicht mehr voll oder das ist kein voller 10er mehr oder okay gut dann machen wir jetzt ein sauerisches werden wir halt wahrscheinlich pech haben aber das ist schon ein bisschen bitter also meine rechnung war irgendwie dass ich bei 70 oder 74 oder so lande das ist aber sie kommt ja also sie bleibt ja noch nicht weiter das heißt ich werde sie vielleicht auch zu gehen bekommen oder ich bekomme sie jetzt das ist der vorletzte oder das ist der vorletzte oder cool okay das wäre doch noch erfolgreich und da jona zweimal das ist sogar ziemlich nice das stimmt genau tomal ist natürlich auch dabei gewesen habe ich schon vergessen das ging fix warum macht sie solche geräusche und das ist nicht pd dann kaufen wir jetzt das hier noch und können noch sechs weitere machen wir 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 switchen gleich zu achmens account rüber hier kriegen wir eh nix mehr schön okay leider nicht saiyu bekommen aber das war doch erfolgreich okay es hat funktioniert sehr schön und ich sehe ganz viele ausrufezeichen ach mit was machst du mit deinem leben wir haben abgesprochen dass wir in den voice chat gehen daher rufe ich dich jetzt an ich hoffe das funktioniert alles hallo aber ja er hat halt echt er hat halt echt gespart auch er ist ein so genannter huthouse himm ach mit sein herz ist gerade 300 kilometer pro stunde imagine anyway ach mit bist du bereit ich bin auf jeden fall bereit aber das ding ist ich habe glaube ich ein sehr hohen delay bei dings ich glaube dass ich glaube das ist zu anstrengend mit laptop du wirst du wirst du bist ja anhand der reaktion merken okay 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 erster zehner mal schauen ja okay okay hier opfer großschwert ist das erste lehle gut auch schade hier nur das schwert weiter geht es nein 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 das war noch vom zähler jetzt kommt der zweite zähler wieder lila ja guck mal du kriegst thomas hey du hast so viele er verwundet es jagdbogen auch lehle eine waffe im gleichen ausgesucht ah ok immerhin zwei wieder mal genau der dritte nochmal say you direkt am anfang imagine du kriegst einfach nur noch say you du hast zwei say you in einem trend immerhin wenn so viele lila kommen habe ich mir wahrscheinlich eine höhere wahrscheinlich what the heck say you see six kommt ja ne auf ansage bist du jetzt nur waffen ne lila waffe oh man du hast ein pech alter aber das ding ist die lila waffe ich habe gerade den namen nicht vorgelesen das ist die hutau lanze die du mir vorhin genannt hast dieses drachenschreck aber ich habe für hundert trelle mit dings geholt diese duell lanze das war's blitz und der war ok noch drei templates also wenn da jetzt nicht mit hau kommt ne gold gold yes gold diona das ist sehr gut oh nice why was thanos in the end like shin 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 verstehe ich nicht schatai ja das ist so wie zwischen uns nice und hutau das habe ich mir rausgezögert du ja man oh mein gott ja nice hutau und ayona in einem zwei neue soll ich weitermachen ja mach einfach weiter vielleicht bekommst du ja wieder ja bei bei komm auf auf simon auf simon auf simon simon wär so gut und saiyu soll ich noch einen 10er machen ja ok mach ok ein 10er so bin ok bin ok damit ah ich habe ausgesehen geskippt hoch aber diona war nur drin mal schauen wie weit hast du jetzt sayo bier du hast sie einfach bis zu profi schwänzen oh shit mina wenn du willst level mal so hoch wie du kannst ok ah ich bin so froh mich kotzt ihr silly troll jetzt schon an ne ne das ist so ätzend das englische ja aber das ding ist halt ich für die anderen voice lines total gut dieses ja das ist gut war voll süß gerade es hat viele vorteile auf englisch zu spielen alleine weil du halt dann nicht lesen musst aber manchmal i don't know ja du kannst du kannst sie auf jeden fall direkt benutzen achmet weiß ich ich habe so viel gefahren alles für diesen moment ein wahrhaftiger simp ja ich hatte glaube ich als letztens was zu bekommen auf der fünften seite mona ah da gold was nee aber ein fucking buch oh wow also at best wird hier noch was ledernes bei rumspringen nope keine ledernes ja nix geil dass ich mit tau habe ich habe jetzt auch eine nice 5 star waffe und ich habe höchstwahrscheinlich bald dennet auch mit 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 Bis zum nächsten Mal.